Die Europameisterschaft im eigenen Land rückte immer näher und ich glaube die Vorfreude darauf steigt immer mehr und ist auch so groß wie selten zuvor. Das hat verschiedene Gründe, zum Beispiel hat es der DFB, wie ich finde, medial echt gut gelöst. Zum einen mit der Trikotvorstellung damals, dann aber auch jetzt mit der zerstückelnden Kaderbekanntgabe, dann auch mit dem Video zur Kaderbekanntgabe. Generell repräsentiert man somit die gesamte Bevölkerung, zeigt sich auch extrem nahbar und man kann sich wieder voll mit der deutschen Nationalmannschaft identifizieren. In diesem Video möchte ich nach der gerade erfolgten Kaderbekanntgabe aber vor allem mal über das Sportliche reden, warum wir uns Chancen ausrechnen können und wie Nagelsmann in seiner kurzen Amtszeit als Bundestrainer schon jetzt eine Euphorie entfacht hat. Also eine kleine Übersicht bzw. ein Rückblick über die Arbeit von Nagelsmann, die gar nicht mal so gut begonnen hat. Denn der ehemalige Bayern-Trainer hat zunächst nominiert wie seine Vorgänger, einzelne Überraschungen mitgenommen wie zum Beispiel einen Durksch, Kevin Behrens oder zu dem Zeitpunkt der Nominierung auch einen Führig damals, aber im Grunde immer den gleichen Kern nominiert, der seit Jahren leblos war und nicht funktioniert hat. Er hat versucht seine Spielidee aufzuzwingen, was in den ersten beiden Spielen gegen die USA und Mexiko noch recht gut gelungen ist, in der nächsten Länderspielperiode aber krachend gescheitert ist mit Niederlagen gegen die Türkei und Österreich. Neubundestrainer Nagelsmann hat seine Fehler daraufhin nicht nur eingesehen, sondern auch korrigiert und damit Größe bewiesen. Ab sofort gab es keine Experimente mehr wie einen Havertz links hinten, was ich persönlich gar nicht so schlecht fand, aber in der Außendarstellung halt einfach schlecht aussieht, wenn es nicht klappt und Nagelsmann damit angreifbar macht. Vor allem entscheidend war aber die Nominierung, die jetzt überwiegend nach Leistung und nicht nach Namen erfolgte. Sprich kein Hummels, Süle, Goretzka, Schlotterbeck, Gnabry, die meistens unabhängig der Leistung in Verein und Nationalmannschaft im Kader gesetzt waren. Stattdessen brachte er frischen Wind und frisches Blut rein mit den Nominierungen der Überflieger aus Stuttgart und Leverkusen, die nicht nur in den Kader aufgenommen wurden, sondern auch je nach Bedarf auf ihrer Position in die Startelf aufgenommen wurden. Maxi Mittelstädt als Lösung links hinten und Robert Andrich als Abräumer, um da mal zwei Namen zu nennen. Zudem wurde mit Toni Kroos der beste deutsche Fußballer reaktiviert und ein funktionierendes Gerüst um ihn herum geschaffen. Nagelsmann hat es geschafft, taktisch gesehen einen simplen Fußball aus einem klassischen 4-2-3-1 herauszuspielen, dabei aber die Einflüsse der neu geschaffenen Startelfspieler aus ihren Vereinen mit einfließen zu lassen und daraus einen guten Mix zu schaffen. Sei es die Freiheit eines Groß- und der Pragmatismus von Real Madrid, das Kurzpassspiel von Leverkusen und Stuttgart oder die individuelle Qualität der Bayern, die mit Kimmich eine doch irgendwie akzeptable und funktionierende Lösung für rechtshinten lieferten. Durch diesen, zumindest in den ersten zwei Spielen erfolgreichen und dennoch attraktiven Fußball, hat er es geschafft, die Zuschauer und deutschen Fußballfans wieder zu begeistern und eine Art Euphorie zu entwickeln nach Jahren des Misserfolgs. So wurde der Kader von Nagelsmann einerseits sehr schlüssig nominiert. Klar, an manchen Stellen kann man schon auch immer diskutieren, doch im Kern ist der Kader schon sehr stimmig, aber andererseits vor allem gut erklärt. Zum Beispiel, dass man zum einen vier Torhüter mitnimmt, was einfach für die Trainingsmaßnahmen deutlich besser ist und auch für die Belastungssteuerung im Training für Torhüter Nummer 1 und 2. Und er hat genauso sehr transparent dargelegt, wieso er Spieler wie Hummels oder Goretzka nicht dominiert. Einfach gesagt, weil er die Startelf, in der sie keinen Platz finden, als gesetzt ansieht und in dieser Herausfordererrolle eher Spieler wie Waldemar Anton oder Pascal Kroh sieht, die sich auch mit einem Bankplatz zufrieden geben. Damit will ich nicht sagen, dass sich Hummels oder Goretzka nicht in den Dienst der Mannschaft stellen, aber bei den stattdessen Nominierten sehe ich das doch eher und sie bringen auch einfach ein frisches Element mit rein, da sie es nicht als selbstverständlich ansehen, für ihre Nationalmannschaft nominiert zu werden. Genau so hat Nagelsmann es auch geschafft, bei eben jenen Spielern eine Leistungssteigerung hervorzurufen. So vertrete ich tatsächlich die Theorie, dass er mit seinen Nominierungen im März seinen Teil zum Champions-Leagueinzug von Bayern und Dortmund beigetragen hat. Denn nach dem hauptsächlichen Nominieren von Leverkusen und Stuttgart-Spielern folgten deutlich bessere Leistungen von den eigentlich gesetzten Spielern mit großen Namen, die nun um ihr EM-Ticket bangen mussten. Unter anderem zähle ich dazu Hummels, Schlotterbeck, Goretzka, Gnabry, Julian Brandt und gewissermaßen auch Nationalspieler des Jahres Emre Can. Das stellte Nagelsmann nun wiederum auch vor eine deutlich schwerere Wahl bei der EM-Nominierung wie nach den letzten Länderspielern erwartet. Der eigentlich fest eingeplante Kern wurde nun doch noch einmal herausgefordert und brachte zum Beispiel einem Schlotterbeck eine Nominierung ein und brachte aber auch mehr Opfer mit sich, die nah an einer Nominierung dran waren und sie sich auch verdient hätten, aber letztendlich keinen Platz mehr im Kader vorfinden mit Hummels, Brandt, Goretzka, beispielsweise auch ein Hofmann, der nicht dabei ist. So hatte Bundestrainer Nagelsmann die Qual der Wahl, kann es da natürlich auch nie allen recht machen, aber hervorzuheben ist dabei ja vor allem, und das ist auch so ein bisschen die Quintessenz des Videos, dass Deutschland seit langem mal wieder vor einem Turnier auf sämtlichen Positionen mit vielen formsteigenden Spielern aufgestellt ist. Das ist einerseits die Folge der guten Arbeit bei Leverkusen oder bei Stuttgart, andererseits aber auch der mutigen Nominierungen von Nagelsmann, die eben die eigentlich renommierten Nationalspieler zu deutlichen Leistungssteigerungen bewegten. Ich meine, so sind selbst die titellosen Bayern, was die Form angeht, nicht schlecht drauf nach dem knapp verpassten Finaleinzug in der Champions League. Ich hoffe, ich konnte meinen Standpunkt hier verdeutlichen und ein bisschen skizzieren, wie Nagelsmann mehr oder weniger selbst eine sehr gute Grundlage für ein erfolgreiches Heimturnier geschaffen hat, bei dem die Erwartungen trotzdem nicht die allerhöchsten sind, nachdem er das Nationalteam an dessen Tiefpunkt übernommen hatte. Das soweit mal ein kleiner Talk meinerseits nach der Kader-Nominierung und noch durchaus weit vor der EM, ist ja schon noch ein Monat hin bis zum Eröffnungsspiel. Schreibt mir trotzdem mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao! Oh!